Hi, ich bin Leera und das hier ist das Klassenbuch der Zukunft. Hier steht exakt drin, wer sowas machen wird, sobald der Online-Unterricht vorbei ist und normaler Unterricht wieder losgeht. Emma muss jeden Tag nachsitzen, weil sie einmal nackt zur Schule gekommen ist. Alex wurde dabei erwischt, wie er den Geschlechtsakt auf der Toilette vollzogen hat. Lisa schreibt eine Fünf nach der anderen. Ben kommt so spät, weil er sich mit dem Busfahrer geschlagen hat. Lea ist einfach fucking schwanger, die ist schwanger. Leon wurde von einem Wolf gerissen. Tim vertickt Gras und Crystal Meth an der Schule. Die Lara hat was mit dem Direktor und Jan ist mit seiner Mom zusammengekommen. Steht hier so drin, okay.